Willst du auch wissen, wen der Junge sucht? Bist du neugierig wie ich? Willst wissen, wer sein nächstes Opfer ist? Dann schäm dich. Du bist auf den gleichen billigen Trick reingefallen wie ich. Das, was sich anfühlt wie ein spannender Film, ein Ego-Shooter, ist Propaganda, in der echte Menschen getötet werden. Noch schlimmer. IS-Propaganda, die Kinder gezielt ansprechen soll. Propaganda, die Kinder in den Krieg locken soll. Im letzten Jahr habe ich aus Recherchezwecken ziemlich viel davon gesehen. Und bemerkt, jeder Teenager, jedes Kind findet solche Videos kinderleicht. Von den Videos hier gibt es im Netz echt jede Menge. Da sind hier zum Beispiel, hier sind gerade syrische Kindersoldaten aufmarschiert in Palmyra. Und die haben jetzt den einzigen Job, diese vermeintlichen Soldaten Assads, die da quasi vorher aufgestellt sind. Jeder von denen hat ne Waffe in der Hand. Und die kriegen jetzt hier gleich den Befehl und die sollen die einfach nur erschießen. Und wenn man sich die Kinder anschaut, die sind teilweise, ich würde mal so sagen, 12, 14, 15, 16 Jahre alt. Per Definition also Kindersoldaten. Der IS veröffentlicht regelmäßig solche Propaganda-Videos, in denen Kindern der Koran oder das Töten beigebracht wird. Und das endet immer häufiger so. Es war ein 12- bis 14-jähriges Kind, das sich gestern in Gaziantep während einer Hochzeit in die Luft sprengte oder von anderen in die Luft gesprengt wurde. Kinder sprengen sich in die Luft, weil sie den Irrsinn glauben, dem auch 780 Syrien-Ausreisende Erwachsene aus Deutschland aufgesessen sind. Ich bin verabredet. Ha, tut es. Telefoninterview mit Heiner, Politikwissenschaftler und Betreiber des Szene-Blogs Erasmus Monitor. Einer, der seit Jahren intensiv über die salafistische Szene bloggt, mit Salafisten in Syrien im direkten Kontakt steht und manchmal bessere Informationen aus der Szene hat als die Geheimdienste. Warum ist es dir so wichtig, dass wir jetzt quasi über Telefon reden? Ich bekomme natürlich regelmäßig Drohungen, sei es indirekter Art, sei es direkter Art. Und daher muss ich auf ein Minimum an Schutz und Sicherheit achten. Ich will vor allem auf eine saubere Recherche achten. Um sicherzugehen, dass er wirklich Erasmus Monitor ist, bitte ich ihn, einen Beitrag von mir zu liken. Ah, okay. Super. Ja. Ja, herrlich. Heiner, kennst du Fälle von ausgereisten Kindern? Ja, also im Laufe der Zeit sind mir einige Fälle untergekommen, wo junge Leute zwischen 14 und 16 versucht haben, nach Syrien zu reisen und es zum Teil auch geschafft haben. Solche Propaganda wirbt, sagt er. Sie hat Erwachsene mit ihren Kindern nach Syrien gelockt und stachelt jetzt sogar Kinder an, auf eigene Faust auszureisen. Du hast mir im Vorhinein geschrieben, dass du auch gerade irgendwie mit einer 14-Jährigen Kontakt hattest. Was war da los? Sie hat mir da berichtet, sie könne es in Deutschland nicht mehr aushalten, sie hatte Probleme mit ihren Eltern und wolle einfach islamisch leben und hatte aber offensichtlich keine Ahnung, was der IS zum Beispiel in Syrien eigentlich macht. Sie hat mir vorgerechnet, wie viel Euro sie bereits gesammelt hat, um ihre Reise zu realisieren. Habe ich dann auch regiert und musste sie entsprechend an die Behörden melden. Okay, aber ist diesem Mädchen bewusst gewesen, dass der islamische Staat Kinder auch als Kindersoldaten ausnutzt? Hat die das überhaupt auf dem Schirm gehabt? Ja, ich habe sie gefragt, also nicht wirklich, sie hatte keine große Ahnung davon. Ich habe sie gefragt, was sie denn in Syrien machen wolle und das wüsste sie eigentlich nicht. Ich weiß, dass Gülschen mit den 40 Euro, die sie gespart hat, um aus ihrer Sicht richtig islamisch zu leben, nicht weit gekommen wäre. Und doch frage ich mich, warum will ein Kind freiwillig zu einer Terrororganisation auswanderen? Was läuft da schief? Auf jeden Fall läuft schief, dass sie den Zugang zu solchen Videos hat. Bei dem Video ist es so, dass der kleine Junge hier mit der Knarre, der hat jetzt hier irgendwie mal wieder so einen vermeintlichen Soldaten-Assatz und ich erspare euch das. Der Typ musste dann quasi vor dem Kind gerade sagen, was er angeblich alles gemacht hat, dass er angeblich schuldig ist. Also das Video zeigt dann nachher auch nochmal ziemlich brutal, wie dieser Typ erschossen wird. Das Kind, das ist brutal. Also du hast das Gefühl, das ist ja ein kleiner Killer, der dir dort entgegenkommt. Mal ein paar Fakten zu den kleinen Killern. Wer Kinder unter 15 Jahren rekrutiert, macht sich eines Kriegsverbrechens schuldig. Wie viele für den IS töten, Hilfsarbeiten erledigen oder spionieren, weiß wahrscheinlich nicht mal die IS-Führung so genau. Ich finde es ziemlich erbärmlich, Kinder in den Kampf zu schicken. Peinlicher geht es doch kaum. Der IS hat damit kein Problem. Aber auch die anderen Konfliktparteien in Syrien nicht. Fast in jedem Krieg werden Kinder als Soldaten missbraucht, so etwa 250.000 weltweit. Ich bin auf dem Weg zu einem ehemaligen Kindersoldaten, nicht aus Syrien, sondern Sierra Leone, Westafrika. Und der wohnt in Hannover und lebt schon lange in Deutschland, kam als Flüchtling. Wir kennen uns. Das erste Mal habe ich Michael vor ein paar Jahren getroffen. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Da war sein kleiner Sohn noch nicht geboren. Ich zeige ihm Fotos von Kindern aus Syrien. Das ist richtig schrecklich. Viele von diesen Kindern. Das ist so, das ist unglaublich. Das ist eine schreckliche Welt, die wir jetzt leben ehrlich gesagt. Dass Menschen, dass er wahnsinnig, komm hier, komm, komm, dass er wahnsinnige Leute, arme Kinder, zu sowas zwingen muss. Hier zu sitzen ist ein merkwürdiges Gefühl. Ich weiß, was er getan hat und doch verstehen wir uns ziemlich gut, haben eine Ebene. Mit 16 hatte er kein Kind im Arm, sondern war selbst noch eins. Statt Baby trug er eine Kalaschnikow. Michael kämpfte im Bürgerkrieg in Sierra Leone, war ziemlich oft ziemlich high. Er tötete. Kann man kaum glauben, wenn man ihn heute als Vater sieht, oder? Manchmal stehe ich oft vor dem Schlaf mit riesigen Schreien. Ich bin am Kämpfen, ich werde die ganze Zeit nur am Kämpfen und dann wieder aufstehen, ich werde schwitzen. Um zu vergessen, zu verarbeiten, singt er, ist quasi Teil der Therapie. Diese Szenen habe ich bei unserem ersten Treffen vor ein paar Jahren gedreht. Heute singt er immer noch, aber er redet nicht mehr so offen über das, was er getan hat. Wenn andere auf ihn schauen, dann sehen sie den Musiker Michael. Ich sehe ihn ständig als Kindersoldaten vor mir und frage mich, ist er Opfer oder Täter? Zwischen diesen Frauen und Kindern verstecken sich die Rebellen. Und es hat immer Blutbad gegeben. Es hat über mehrere Zeiten, ich hatte diesen Blutbad. Da haben wir gemerkt, weil man keine andere Wahl hat. Und wir haben das ständig gemacht. Nochmal, sieht so ein Opfer aus oder ein Täter? Kann man das überhaupt sagen bei der Kindheit? Er sagt, er hatte keine Wahl und wurde zum Soldaten gemacht. Er musste kämpfen, er musste töten. Das ist Krieg. Und Kinder seien eben die perfekten Opfer. Es ist günstig, ein Kind zu grutieren als Anerwachsener. Die sind einfach nur frisch und die wissen noch gar nicht. Und die vertrauen den Erwachsenen. Und deswegen, die holen nicht mal zweimal zu. Die einfach nur einmal gibt, die Befehle einmal und dann die tun es einfach. Für Psychologen sind Kindersoldaten wie Michael ebenfalls Opfer. Auch wenn sie im Krieg oft brutal sind und scheinbar nichts zu verlieren haben. Michael hat danach ziemlich gewonnen. Er spielt in mehreren Bands und arbeitet als Erzieher. Er konnte dem Krieg entfliehen und sich ein neues Leben in Deutschland aufbauen. Kinder wie er haben das noch vor sich. Wenn er es überhaupt schafft und nicht vorher erschossen wird oder sich in die Luft springt. 39 Prozent sterben als Selbstmordattentäter. 33 im Kampf. Quelle ist eine US-Studie. Kein Wunder also, dass ich so viel IS-Propaganda speziell für Kinder finde. Der IS braucht Nachschub. Ich spreche noch einmal mit Heiner, dem Politikwissenschaftler. Es gibt auch in Deutschland ein relativ gut organisiertes Netzwerk von Rekrutierern, von Propagandisten, die sozusagen gezielt, sei es über private Kontakte, aber auch durch öffentliche Propaganda gezielt die junge Generation, die die jüngeren Menschen ansprechen soll. Und dadurch soll eben erreicht werden, dass für diese Menschen Terrororganisationen wie der IS oder auch andere Gruppen, die Al-Qaida nahestehen, soll sogar reagiert werden, es sei ein Leben, das sozusagen ein besseres sei wie im Westen. Und dass der Dschihad eben alles andere als das blutige Gemetzel ist, was es in Wirklichkeit ist. Ein Leben als Kind in einem Terrorstaat ist das. Hat eigentlich schon mal jemand darüber nachgedacht, was passiert, wenn solche Kinder zurück nach Deutschland kommen? Und nicht wie Michael vom Krieg Waffen töten, die Schnauze voll haben? Gibt es eigentlich eine Strategie? Ich habe vorhin mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz telefoniert und da sagte mir eine Sprecherin, Sie wissen nicht, ob es Kindersoldaten in Syrien gibt, also deutsche Kindersoldaten. Und was Sie auch nicht wissen ist, ob die schon wieder zurückgekommen sind. Also alles Humbug? Und es gibt gar keine deutschen Kindersoldaten? Heiner? Es gibt viele deutsche Kämpfer, die nun mal mit Kindern nach Syrien gereist sind. Und diese Kinder werden systematisch in Koranschulen zu jungen Löwen in Anführungsstrichen ausgebildet, indoktriniert und an Waffen ausgebildet und werden im Zweifel natürlich in den Kampf geschickt. Oder sogar als Selbstmordattentäter. Also da ist der Verfassungsschutz doch etwas sehr naiv. Ihm sind doch die zahlreichen Fälle einfach bekannt, wo sehr sehr junge Menschen auch nach Syrien gereist sind und dort ums Leben gekommen sind, beziehungsweise eben deren Verbleib unklar ist.